Sein Netzwerk zu pflegen, den Lebenslauf aktuell zu halten und immer up to date zu sein, ist heute wichtiger denn je. Mehr und mehr Websites, soziale Netzwerke, Tools oder Apps kommen auf den Markt, die uns dabei helfen sollen, immer aktuell und vernetzt zu bleiben. Doch eigentlich machen es uns diese vielen Tools auf unzähligen Plattformen schwerer und schwerer den Überblick zu behalten und somit immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Doch wir haben die Lösung. All die Funktionen dieser vielen Tools vereint unter einem Dach. Willkommen im neuen Adreus-Portal, der beruflichen digitalen Heimat für unsere Interim-Manager. Hier pflegen Sie Ihren Lebenslauf zentral, bearbeiten administrative Schritte rund um Ihr Business und rechnen Ihre Reisekosten ganz einfach und bequem online ab. Nun steht Ihnen ein zentraler digitaler Ort rund um Ihr Interim-Management-Business zur Verfügung, jederzeit und überall. Von Ihrem Dashboard aus erreichen und pflegen Sie ganz einfach alle wichtigen Bereiche wie Ihre Verfügbarkeit, Kernkompetenzen, administrative To-Dos oder das Herzstück Ihres Profils, Ihren Lebenslauf. Diesen aktualisieren und pflegen Sie dank der extra für Manager und Berater ausgelegten Eingabemasken ganz bequem und effizient. Einfach eine neue Position hinzufügen, Eingabemaske ausfüllen, fertig. Nun ist Ihr detaillierter Lebenslauf wieder auf dem neuesten Stand. Da Profile mit häufig aktualisierten Lebensläufen als relevanter eingestuft werden, werden Sie so leichter gefunden und gebucht. Doch das ist lange noch nicht alles. Wir bleiben stets in Bewegung und werden in Zukunft immer mehr Tools und Features in das Portal integrieren. Beispielsweise werden Sie Ihren Lebenslauf neben der Zusammenarbeit mit Adreus auch für Bewerbungen und Networking außerhalb des Portals nutzen können. Auch die integrierte Reisenkostenabrechnung wird weiter verbessert und vereinfacht. Somit sind komplizierte und zeitfressende Abrechnungen von Reisekosten bald für immer Geschichte. Das Adreus-Portal ist bequem zu bedienen und einfach zu verstehen. Hier sind alle Ihre Profile, Daten und Updates an einem Ort. Ganz einfach, damit Sie Ihr Interim-Management-Business optimal pflegen, Ihr volles Potenzial entfalten und Sie sich ganz auf Ihr Interim-Management-Mandat konzentrieren können.